Mein Tag beginnt mit aufstehen und mich sofort mal mit einer Tasse Kaffee auf die Couch zu setzen und auf die Stadt runter zu blicken. Mit Morgensonne, das heißt ich schaue mit dem Licht mit, die Stadt leuchtet in der Regel und das ist das wirklich Wesentliche am Morgen. Und dann fahre ich einfach mit dem Lift ins Büro, das ist der große Vorteil an dem gleichen Standort. Aber das Ganze vermischt sich natürlicher. Es ist schon so, dass auch die Kinder einfach mal im Büro reinplatzen und dann wird halt kurz über eine Zeichnung philosophiert. Das ist dann schon möglich. Inspiriert hat mich eigentlich letztendlich meine Kindheit in der gotischen Altstadt, wo ich unglaublich beeindruckt von Plätzen war, die es in Steyr noch und nöcher in hoher Qualität zu finden gibt. Und ich habe damals Zeichnungen gemacht und intuitiv irgendwie versucht, dem nachzuspüren, warum das so toll ist. Und die Beschäftigung mit dem, warum Orte gut sind und warum was wie sich anhört oder riecht oder sonst welche Sinne anspricht, das macht einfach Spaß. Das macht noch mehr Spaß als gutes Essen oder Trinken für mich. Das ist aber durchaus ein ähnlicher Zugang sozusagen, einfach genussvoll durchs Leben gehen zu können. Und der große Motor, warum ich überhaupt mit Architektur begonnen habe, mich zu beschäftigen, ist letztendlich, dass ich es genießen kann, Räume zu erleben, Räume zu fühlen und zu empfinden. Ich beachte gerne meine Sinne, so würde ich es eigentlich formulieren. Ich gehe wahnsinnig gern in der Enz schwimmen. So kalt kann es gar nicht sein, dass das kein in Summe aufregendes, tolles Erlebnis ist. In dem Sinne macht auch das Gartenhaus Sinn. Es ist zwar eigentlich eine Erweiterung fürs Büro, es erfüllt viele, sozusagen, experimentelle Architekturthemen, die ich fürs Büro auch tatsächlich ausprobieren wollte. Aber es ist auch einfach ein Raum, in dem ich mich selbst wahnsinnig gern aufhalte. Im Prinzip ist es ja eine sehr verschlossene Gesamtsituation, was uns letztlich ganz wichtig, eine gewisse Offenheit für die Stadt auch darzustellen. Und so ist die Idee mit dem Kulturprogramm gekommen. Die Auseinandersetzung mit anderen Künsten, das bringt natürlich irgendwie, gerade bei meinem Zugang zur Architektur, schon eine neue Ebene dazu. Wie schafft man Atmosphären oder wie steuert man Atmosphären beim Betrachter, wenn man ein Gemälde sozusagen komponiert und aufbaut? Mein Leben lang immer auf der Suche nach Dingen, die mich berühren und habe auch wirklich darüber nachgedacht, was mich berührt. Und es geht ja jedem so, aber nicht jeder denkt wirklich darüber nach, was sind die Gründe, warum ich mich gerade wo, wie fühle. Baukultur ist das Umbauen unserer Umwelt mit dem Ziel, bessere Räume für Menschen zu bekommen. Und bessere ist für mich dann erfüllt, wenn Menschen Lust haben, was zu benutzen, wenn sozusagen auch atmosphärisch wieder ein Bespielen, ein Sich-Aneignen angeregt wird. Das muss unsere Umwelt können und da gibt es einfach Verbesserungsbedarf.